Wer kopiert hier wen? Kraftvoll Check Y-Food vs. Ehrmann Foodie. Geschmackstest. Y-Food schmeckt ja wie ein leichter Eiweißdrink. Der Foodie hat auch den leichten Geschmack, aber viel süßer, erinnert mich an Eiweißdrinks der 90er. Für die Älteren unter uns. Bäh. Beide haben den gleichen Inhalt mit Lothen, Laktosefrei und ohne Zucker. Kalorien werden prozentual gezeigt an der Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen. Aber was ist die Quelle zur Referenzmenge? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder Harry Weinfurt? Y-Food hat 500 Kalorien in 500ml und zeigt Nutri-Score A für 7,98 der Literpreis. Ehrmann hat 417 Kalorien in 400ml und täuscht mit günstigem Einzelpreis. Aber der Literpreis ist mit 8,73 viel teurer. Wer ist nun die Kopie? Leckerer Trinkgeschmack, günstiger Preis und verständlicher Nutri-Score überzeugen mich. Dreimal Kraftvoll Sterne für Vergleichssieger bei Rewe Y-Food.